14 Jahre war Hans Striebel Oberbürgermeister von Bühl. Am 31. Dezember endet seine Amtszeit in der Zwetschgenstadt. Er hinterlässt ein bestens bestelltes Feld. Manch einer frotzelte, dass man in Bühl kaum etwas falsch machen könnte. Sein Titel, Hans im Glück, begleitete ihn über die Jahre. Er hat alles richtig gemacht. Badische Amtskollegen kamen zur Verabschiedung. Sie wissen, was Bühl und die Region durch Striebels Rücktritt verlieren. In allererster Linie einen großartigen Menschen. In zweiter Linie einen super Oberbürgermeister. Und zum dritten, würde ich sagen, einfach einen, ja, ich möchte es mal so sagen, einen Freund. Ein Mann, der zuverlässig war, auf den man sich einfach blind vertrauen konnte, der Freundschaft gepflegt hat, der auf Menschen zugegangen ist und der auch die Region maßgeblich nach vorne gebracht hat. Die Stadt Bühl verliert mit dem Hans Striebel schon einen Macher. Ein äußerst engagierter Oberbürgermeister, der vom Scheitel bis zur Sohle sich mit der Stadt identifiziert hat und der sehr zielorientiert und äußerst strukturiert gearbeitet hat und der für seine Stadt schlicht und einfach gelebt hat. Einen sentimentalen Moment erlebten die fast 800 Besucher nach dem Auftritt der Lebenshilfe Bühl. Striebel ist Förderer der Einrichtung und wird seiner Lebenshilfe auch im Ruhestand treu bleiben. Er ist ganz, ganz tief verwurzelt, hat niemals abgehoben, aber er hat sehr weit gedacht. Und beide Dinge sind notwendig, wenn am Ende so etwas herauskommen muss und herauskommen darf. In seiner Amtszeit war Bühl Austragungsort des internationalen Radrennens um den Lugkapp, die Wirtschaft prosperiert. Außerdem funktionierte die Zusammenarbeit Rathaus-Rettungskräfte stets bestens. Der inzwischen international beachtete Wettbewerb für symphonische Jugendblasorchester geht mit auf seine Idee zurück. Denn er ist den Menschen zugetan, so habe ich ihn kennengelernt. Wir haben so in der Zeit in etwa die gleiche Laufbahn und von Anfang an im politischen Bereich kennen wir uns. Und da habe ich ihn in vielen Diskussionen als fairen Partner, als kreativen Menschen kennengelernt, mit dem man zusammenarbeiten kann, auf dessen Wort man sich auch verlassen kann, was ja in der Politik ganz wichtig ist, wenn man sich einfach verlassen kann und der auch immer gute Ideen hat und gute Ideen auch einbringt. Dieser Moment gehörte Hans Striebel ganz alleine, als der Saal vor ihm aufstand und minutenlang Applaus spendete. Die Bühler-Bescheidenheit bleibt aber. Ich habe meine Pflicht getan. Die Aufgabe hat mir viel Spaß gemacht und insofern habe ich mich wohl gefühlt in meiner Haut. Und Tatsache ist, ich konnte in dieser Stadt auch etwas bewirken, gestalten, weil ich auch im Rücken immer wieder unsere örtliche Wirtschaft hatte, die ja nach wie vor den Rückhalt dieser Stadt darstellt. Aber man muss auch wissen, ich werde im Januar 66 Jahre alt und dann muss man auch sich selber sagen, jetzt ist Zeit, dass Jüngerer kommen. Die Stadt steht vor Veränderungen und dann ist es wichtig, wenn das mit neuem Elan, neuem Schwung gemacht wird. Und insofern bin ich dankbar, dass ich das Jahr der Heimattage noch erleben durfte. Aber jetzt ist Schluss und jetzt widme ich mich anderen Dingen. Aus dem Regierungspräsidium kommt lobende Anerkennung dafür, dass Striebel zu jeder Zeit den Kontakt zu den badischen Nachbarn gepflegt hatte. Darüber hinaus habe das Rathaus die Städtepartnerschaften mit Leben erfüllt. 2002 kam Vilafranca del Penedes in Spanien hinzu. Auch Rudolf Kühner weiß, was Bühl jetzt verliert. Einen Bürgermeister, der sich in unglaublicher Weise für das Wohl der Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hat, ein kommunales Urgestein. Und ich denke, er hat allerhöchsten Respekt verdient und jeder Nachfolger wird an ihm gemessen werden. Anfang Oktober wurde Hubert Schnur zum neuen Oberbürgermeister von Bühl gewählt. Ein bisschen Ehrfurcht vor dem neuen Amt ist normal. Allerdings habe ich den Vorteil, ich durfte Herrn Striebel ja 14 Jahre direkt begleiten. Wir saßen ja Zimmer an Zimmer und ich habe das Glück, ich darf nur über das Vorzimmer in ein anderes Büro wechseln. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch zum Wohle unserer Stadt wieder auf die Reihe bekommen. Der Staffelstab wird weitergegeben und die Vorzeichen stehen gut, dass Bühl, beliebter Partner im Reigen der badischen Landkreise und Kreisstädte, bleiben wird. Auch nach dem Ausscheiden von Hans Striebel als Oberbürgermeister. Denn die Grundlagen, die er geschaffen hat, bestehen ja nicht nur aus einem Stein, sondern das sind Gedanken, Ideen und Vorstellungen, wie die Region zusammenwachsen kann. Und das ist eigentlich auch die Basis dessen, wie wir eigentlich unsere Zukunft sehen. Als Lehrer, Bürgermeister und Oberbürgermeister verabschiedet sich Hans Striebel jetzt, nach insgesamt 21 Jahren aus dem Dienst der Stadt Bühl. Wir gratulieren zum Erfolg und wünschen für die Zukunft alles Gute.